Yang стол Yo was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde smite ranked Wir spielen als AD Carry heute, da habe ich direkt mal Apollo gepickt, weil.. Apollo ist Brogu Ähm, ne jetzt mal ehrlich, Apollo ist echt broken, also, ähm, warte, was gibt es nochmal, ich glaub, es ist gut, ähm, Moment, ist das gut so, ja, ist okay, wirklich, ähm, ja, Apollo ist echt scheiße stark gerade, vor allem in der Midlane, wird eher oft gespielt gegen Mages, die fickt er einfach, das liegt an dem Item Fail Not, würd ich jetzt sagen, wegen den 20% äh, Crit Chance und was, 40%, hat das jetzt 40%, ne 45, 45 Physical Power, äh, okay, ups, hab eins kassiert, ja, das Item ist einfach, Bro, 20% Crit Chance, mein Arsch, das sind locker 17.000. Ah, ich geh mal auf den ADC. Bruder, du fällst viel zu viel Damage, Mann. Hörg, was machst du, Bruder? Okay, ich geh auf den ADC. Okay, der Rama sollte tot sein, ja. Uff, ja, aber das war aber auch knapp, du. Wusste aber mal kurz nicht, was ich machen soll, weil, äh, wär ich auf den Sobek gegangen, wäre der Rama auf mich gegangen, ich glaub, dann wär ich gestorben, also wollte ich den Rama abschliere ablenken. Ist noch gut gelaufen. Ist sehr gut gelaufen. Oh, der hat weggeblinkt, lol. Sieger, ihr callt zu viel. Was will euer Leben? So, wir klären mal unsere 2, normalerweise ist es gleich ja nicht die 1 nochmal, aber die spielen jetzt ein bisschen aggressiv, deswegen werd ich glaub ich meine 2 brauchen. Sehr gut, der Sobek frisst echt viel Damage. Ich hab noch meine Beats, also wenn er mich placken will. Oh mein Gott, wenn du den erwischst, Bruder, ist der tot. Oh mein Gott, wie schnell hat er sich davon befreit? Okay, das war glaub ich nicht, äh, das Play. Alter, der Sobek ist irgendwie voll schnell von, ist der tot? Keine Ahnung, irgendwie, irgendwie hat der Sobek sich voll schnell... Boah, Bruder. Okay. Uiuiui, das Game ist aber echt aggressiv, Alter. Jetzt lasst mich mal aussprechen, ihr Hunde. Ich hau ab. Fickt euch alle. Also es kam mir echt vor, dass der Sobek sich voll schnell befreit hat von, von der Herc, seiner 1, wo er gestunt war, kurz. Ähm, wir holen das 2 Worts. Ach Gott. Halt du mal, Herc, halt's den Maul. Die, die Jungs, die callen hier viel zu viel. Ich denke, das ist hier SPL. Finale. Pisch dich von mir. Okay, ähm, ja nichts gegen den Herc, der spielt gut. Schön aggressiv. Nur seine Calls sind ein bisschen zu viel. Ja, 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 der Herc ist echt gut. Da, 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 da. Schön mal einen guten Support zu haben. Uh. Ich schwör, der Herc, der baitet die richtig. Oh, der trifft auch echt seine Abilität ist richtig gut. Nur denke ich manchmal, der beginnt gleich Suizid und dann schaffen wir es doch lieber ein paar Leute zu killen. Oh, gut, den killen wir aber safe, Alter. Oh, der Ende ist hier. Rambazamba. Hehehehe. Deswegen wäre das sogar noch gut gelaufen, glaube ich. Sicher bin ich mir trotzdem nicht. Ähm, wir warten mal hier, weil der Herc will nicht warten, weil... der keine Worts hat. Okay. Sorry. Okay, wir haben jetzt noch eine Wave und dann auf jeden Fall unsere Attack Speed Boots. Geht gut. Geht gut. Geht gut. Geht gut. Oh, schade. Okay. Ein Flach hat geblieben. Ein Flach hat geblieben. Geht gut. Geht gut. Geht gut. Geht gut. Geht gut. Geht gut. So. Das Game läuft ja mal richtig gut. Ich glaube, die werden bei Minute 10 Surrendern. Ähm. Der Rama ist 0-4 mit 3 Level unter mir. Schon hart. Hätte ich Ulti? Oh shit, hätte ich nur Ulti, Digga. Ich glaube aber nicht, dass er in der Lage sein wird, den Hercs zu killen, oder? 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 Der, Alter, ich habe meine Herblessen. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Die Silla ist gerade echt gut rotiert. Die habe ich gerade nicht erwartet. Das war richtig nice. Ich hätte vorhin eigentlich keine Beats einsetzen müssen, aber ich habe das gemacht, weil ich gesilenced war von Thanatos und ich konnte meine Eins nicht einsetzen. Deswegen habe ich einfach gebeatzt. Die Silla hätte ich sowieso nicht überlebt. Ich glaube auch nicht mit Beats. Oh. Sorry, ich dachte ich komme von hinten und so. Und der war knapp. Der hat wie auf jeden Fall gestorben. Oh, ich glaube die Gegner drehen da sind noch ein bisschen lecker, weil die Silla in der Midlane, die rastet aus. Ja, die Silla, rastet echt aus. Bruder, komm her. Pornhaber, Digga. Riecht gut. Thanks, Bro. Ich habe jetzt keine Worts mehr. Was? Könnt ihr mal eure Fressen halten? Alter, was ist denn los mit euch? So. Keine Ahnung, wo der Thanatos ist. Kannst du mich gegen... Alter, ich kann auch eins gegen... eins gegen zwei machen, glaube ich, gerade. Wenn ich Outer-Attacks treffe. Okay, ich kann nicht eins gegen zwei machen. Oh my fucking... Okay, wir dive. Nein! Nein! Ruter! Okay. Nein! Alter, dieses Game ist so aggressiv, Digga. Gerade. Oh Gott. Nein! Nein! Ah, vielen Dank. Ich bin broken, glaube ich. Ah, Sillaigis. Ah, da kommt ein Thanatos. Der, glaube ich, war... Ah, warte. Tana-Ulti. Also... Ähm... Wir haben den rechten Tower, deshalb sollten wir mal schauen, dass wir die Gold Fury machen. Und ich glaube schon, die sind schon... ... an der Gold Fury, Alter. Seht ihr an der Gold Fury? Your middle tower is under attack. Yeah, sind sie. Der Arma ist scheiße long. So, jetzt machen wir Gold Fury. On my way. Attack. Be careful. Bring the pain. Oh. Schade. Dachte, ich erwischt die Silla noch, bevor sie dasht oder so. Ihr Reds, nicht mehr da. Oh Gott, die ist gedasht, gell. Fuck, man. Hat der... Barker Hazen schon? Ja. Oh Gott. Bruder. Bruder. Ist dir alles echt gut? Komm schon. Pateidon. Ja. Bruder, muss. Nein, der kann kein Autos machen. Oh, die Belona fickt den. Also Leute, ich werde jetzt etwas voraussagen. Wir werden bestimmt safe verlieren, weil unsere Leute... Warte, ich entmute die mal. Die sind jetzt bestimmt safe toxisch drauf, die beiden. Okay, ich muss auf jeden Fall die Silla fokussen, weil sie echt gut spielt. Der Arma ist gerade weniger das Problem. Obwohl er glaube ich auch nicht scheiße ist. Der hatte nur ein bisschen Pech. Mit dem Herc. Weil er den ganzen Zeit erwischt hat. Gut, wir haben einen Barker, also... Der eigentlich broken ist. Der baitet mich nur. Ja. Okay, der ist aber hier irgendwo, oder? Oh mein Gott, da ist er. Ah! Scheiße. Wieso stecke ich ihn mal in so einer Klemme eigentlich? Und der Herc, was macht der rechts? 1 gegen 1 gegen Rama, oder? Ach man, hätte ich nur Ulti. Oh, nice. Nice. Oh, der Herc hat den echt gesolot. Ja. Ah. Ei, ei, ei. Pyromancer. Ah, nee, der so bekommt's. Oh, Push-Maschine die Mittel. Oh. Durch die Tower, hab ich gehört. Oh Gott, leider. Ähm. Oh, ich stecke fest. Oh, ich stecke fest. So. So. Dafür ist unser Mid-Tower jetzt weg, aber scheißegal. Ja. Kommt, bevor, als würde der Hercule's ganze Zeit 1 gegen 1 zu rechts machen, kann das sein? Oh. Der ist 6-0. Support. Supports sind broken, Digger. Kein Support. Wir kriegen die Silla nicht. Die ist echt gut, Alter. Echt gut beim Abhauen. Undertale. Da ist ein Thanatos. So, wir ulten jetzt die Belohner. So, ich werde den Blutflag. Das liebt diese Leistung. Hier. Aber die Scylla macht uns echt fertig. Okay, solange du Herc die ablenkt, machen wir Pyro. Missgebote, warte da. Nicht, dass der mich jetzt ultet oder so. Oh, nice. Wie soll ich angreifen? Okay. Jetzt sind wir schon alle geweckt. Was sollen wir uns als nächstes? Ich würde sagen, Penetration brauchen wir nicht. Executioner? Wohl. Ach, keine Ahnung. Gin Stays vielleicht? Was baut denn die Belohner? Ah doch, wir bauen doch Penetration. Alter. Verdammt. Verdammt. Hätte ich doch Eggersen sollen? Nein. Hätte ich auch nicht überlebt. Wohl. Wer hat sinnlos Eggers eingesetzt? Oh, Digga. Oh, nice. Die haben den bekommen. Ich würde sagen, wir holen uns. Quit, Alter. Oh, ohne Wix. 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 Guck mal, gum mal. Die helfen dem Poseidon nicht mal. Die gammeln da vorne, da irgendwo, what the fuck. Oh, Mann ey. So, wir machen jetzt auf Mistgeburt und ... Nee, ich geh da nicht rein ohne Witz. Diese sinnlose Kämpfe geht mir so auf den Sack manchmal. Okay, wir nehmen jetzt den Tower. Easy. Okay, ist doch nicht so easy. Die halbe Welt ist hinter mir her. Okay, das war jetzt mein Fehler. War nicht so easy, wie ich dachte. Die waren doch alle noch in der Mitte, Alter. Na gut, dann gucken wir eben wieder. Da, 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 da. Uh, was ist denn der noch? Ah, der kann ja hier ausdashen, stimmt ja. So. Oh, ich hab wieder Ulti. Ich könnte jetzt rechts pushen. Aber wir groupen. Auf die Scylla. Also die Scylla muss sterben. Alter Digger. Oh, oh. Oh, oh. Eieiei, Mann. Ich nehme alles zurück. Ich brauche Penetration. Zum Glück war der Baron da, sonst wäre ich auf jeden Fall tot gewesen. Okay, danach holen wir uns Execution. Okay, ich dachte, er folgt ihm noch. So, jetzt haben wir Deathbringer. Was brauche ich für Echse? Zwei, drei. Das wird auch mit dieser Performance. Ich bin der Großartige. Okay. Warte den Feuergier. Ich bin auf. Hm. Müssen wir mal groupen am Feuer. Enemies. Incoming right. Ja. Defbringer. Oh. Ja, Deathbringer. Hell no, Deathbringer, Apollo. Also, gehen wir jetzt drauf, oder nicht? Ich hätte da aber ein bisschen früher angreifen können, Leute, Alter. Das war jetzt... Scheiße. Oh, yeah. Yeah. Alter, meine Fresse, Mann. Ich brauche Executioner. Oh, warte, haben wir verloren? Oh, ja, wir haben verloren. Ich hab's gesagt. Leute, ich hab gesagt, wir werden's verlieren, Alter. Oh, Mann. Yo, easy. Danke für deinen Follow. Dankeschön. Oh, ja, Baka Brocke. Ich habe mich aber gesehen. Ähm, naja, ob wir das schaffen. So, wenn die Scylla den Scheiß jetzt nicht stealt, Alter. Fuck, war das knapp. Uff. Die brauch ich gerade echt nicht. Mann, Baron, Alter. Warum musst du da rein, Alter? Habe ich gerade echt nicht kapiert, warum der da rein ist. Ah, wenn die da jetzt nicht alle sterben. Okay, ich nehme alles zurück. Baka ist broke. Okay, alles klar. Baka ist broke. Mh, hatte der sein Dash wahrscheinlich nicht mehr, der Arme. Jungs, ihr callt einfach zu viel, Mann. Oh ja, die kam. Okay, ich nehme, ich checke jetzt Pyro mit, kurz. Auch schon Pyro. Bro. Ich habe Hercule. Ta-da. Ich habe Hercule. Excellent. Cancel das. Be right back. Taktik, Furi. Attack right down. Das wird auf diese Begegnung. Retreat, Mitte lane. Retreat. Ausprinzip einer Wolken. Wir brauchen eine Dings. Die rote Gold Fury brauchen wir unbedingt. Deshalb machen wir jetzt Gold. Obwohl die danach ist die grüne, gell? Okay. Ich bleib mal bei dem Baka. Der ist sicherer für mich. Ich habe echt keine Ahnung wo die Gegner sind, Alter. Hm 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 hm. Können wir mal rechts angreifen Jungs bitte Objectives Der Baron ist nicht bei uns, oh man wir werden hier alle sterben Ich wusste jetzt dass wir da sterben werden Das Spiel ist auch ein Hin und Herzen 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 Seller Ulti sollte down sein Ich will mich über den anderen Ich will mich über den anderen Scheiße Ich bin wegen der anderen Beziehung Ich bin weg Ich bin weg Ich bin weg nh Das Spiel ist auch ein Hin und Herzen Natürlich ist etwas Einfach auf den Baron kurz warten, weißt du? Einfach einmal als TEAM! Okay, ist es. Das muss ich für den Sela aufpassen, okay, wir haben gewonnen. Oh Gott ey! Fuck it! Ah scheiße, Alter! Digger, ich hab keine Worte, Mann. Da holt er die Sela raus aus dem Fountain, dass sie uns alle ficken kann. Komm, ihr bekommt alle nen Friendly. Nee, warte, du bekommst nen Friendly und du auch. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! 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 Untertitelung des ZDF, 2020